So Leute, da sind wir beim nächsten Opening. Ich habe drei Collector Displays und zwar vom guten Lip Lab, Magic Woods und einem Patreon und das sind zwei Händler. Ich schicke die ganzen Displays zurück, ich habe davon gar nichts, aber wir können die alle drei diese Woche öffnen und wir gucken uns heute mal das von meinem Patreon an. Dieses Display ist von meinem Patron, der, soweit ich mich erinnere, ungenannt bleiben wollte. Ich bin mir aber gerade nicht mehr ganz sicher, ich hoffe, das ist richtig so. Ansonsten tut es mir leid. Du weißt, dass ich dir sehr, sehr dankbar bin und die Community auch, dass sie dieses wunderschöne Opening sehen werden können. Machen wir das mal auf und in der Zeit mache ich Werbung für meinen Patron. Wenn ihr auch Patron werden wollt oder mich unterstützen wollt oder dieser coolen Patreon Community beitreten wollt, monatlich Dankeschön von mir bekommen wollt und so weiter und so fort oder täglich, wöchentlich, je nachdem, wenn ich ein Video raushaue, dann schaut mal vorbei bei Patreon. Ihr unterstützt mich damit sehr, sehr stark und es hilft mir sehr, sehr stark, viele, viele coole Sachen zu machen. Und in diesem Fall hilft es mir nochmal mehr, weil ich jetzt tatsächlich von diesem Patron dieses Display zugeschickt bekommen habe und das nochmal öffnen kann. Ich muss hier mal, ich muss ganz dringend, wenn ihr wüsstet, wie meine Wohnung aussieht aktuell. Gucken wir mal an. Genau, diese Woche werden drei Displays aufgemacht. Die sind leichter aufzumachen, wie normale Collector Booster. Also es ist ein deutsches Display. Die sind hergestellt in den USA. Wir müssen bei den anderen mal gucken, wo die hergestellt werden. Weil hier das war jetzt, das ist Piss, einfach aufzumachen. Diese Woche werden ja drei Collector Booster aufgemacht. Und ihr könnt am Samstag entscheiden, wer das coolste Display hatte und könnt dann auf YouTube auf so einer kleinen Umfrage, die Eben ist so schön, teilnehmen. Und könnt dort eben, uh, eine 6, sehr gut. Und könnt dort entscheiden, wer die coolste Sache hat. Uh, Horizon des Fortschritts. Auch sehr gut mit dem Opfern für eine Karte ziehen. Das war das sehr, sehr nice. Flutterstrain, Fetschland, sehr geil. Ein Grist. Oh mein Gott, den spielt man aktuell auch. Und ein Rahl. Oh mein Gott, was? Das startet gut. Das startet gut. Ja. Ihr könnt mir sagen, was euer Lieblingsdisplay war und wer eurer Meinung nach das coolste Display aufgemacht hat. Und, ja. Ich denke, das ist nochmal ganz cool. Die Leute wussten, als sie mir das geschickt haben, noch nicht, dass ich diese Challenge draus machen werde. Dementsprechend kann jetzt jeder für sich mitfiebern. Und das coolste der drei Displays zu bekommen. So. Dann haben wir Leitender Goblin. Schlammkönigin. Pfahl, Pirsch. Ich liebe ja die deutschen Namen. Tatsächlich sehr. Blutgründe. Sumpf. Ein Evangelist. Die Zeugin der Evolution. Die wird eigentlich, die wird auch ziemlich gehypt am Anfang. Uh, Vater des Hungers. Ein ältester Demon mit Blutmarken. Ganz cool. Das ist tatsächlich ein Blutkommander. Silberquill. Dozentin. Die ist in allem cool. Außer dem Commander Deck, wo sie drin ist. Echoes der Ewigkeit. Eine sehr gute Kindheit. Necro Dominanz. Sehr, sehr cool. Drei Mana. Man übergeht sein Zielsegment. Und zum Beginn des Endstep kann man X Leben bezahlen. X Karten ziehen. Handladen. Kartenlimit ist 5. Und wenn irgendwas in den Friedhof geht, geht es stattdessen in Exil. Wird aktuell sehr viel im Legacy gespielt. Dementsprechend nice. Und nochmal ein Fettschland in Foil. Ja. Kann man machen, würde ich sagen. Gut, die Displays sind auch teuer genug. Also man darf bei allem, was wir jetzt ziehen, nicht vergessen, dass wir tatsächlich auch einfach ein sehr teures Produkt vor uns haben. Und dementsprechend gute Karten ziehen müssen, damit sich das rechtfertigt. Weil ansonsten würde sich das einfach nicht rechtfertigen. So, Eiferer, Torwächter, Barenkampfrin in Stumpfsinn verfallen. Ist das ein gutes deutsches Wort? Ähm, das beliebteste der ganzen, ähm, MDFC-Länder. Also, äh, MDFC müsst ihr googeln, was es heißt. Ich hab's gerade nicht. Es ist frühmorgens und ich hab noch keinen Kaffee getrunken. Aber es kann auf jeden Fall als Land reinkommen. Sehr beliebte Karte. Dann haben wir eine Glutmagierin. Einen Strudel. Und, uh, Starrer des Reliquiens schreien. Das passt auf Englisch besser. Mit Night und White. Äh, unheilige Immunität. Das ist gar nicht mal so eine schlechte Karte. Vorbot in der Meere. Das macht gerade eine Legacy sehr unsicher, das Ding. Dann haben wir ein blutbeflecktes Schlammloch. Schau mir in ein Fettschland. Und, Dressdown in Old Border Foil. Aber wir haben ein Fettschland. Sehr, sehr cool tatsächlich. Also, ich bin, ich bin schon sehr begeistert. Ähm, ich finde diese Displays immer sehr nice. Ihr wisst ja, bei diesen Displays, ihr habt es jetzt wahrscheinlich schon gemerkt. Vielleicht haben es ein paar schon geschrieben. Ähm, ich gehe hier nicht über jede einzelne Kamm durch. Äh, wenn ich so einen Barbarenkampfringe cool finde, dann erwähne ich den. Vielleicht könnt ihr den dann googeln. Oder könnt ihr kurz das Video einhalten und nachschauen, was die Karte tut. Oder eben so einen Stummsinn verfallen. Genau dasselbe. Aber, ähm, ich halte jetzt nicht bei jeder Karte an und sage, Mh, Anpassung der Erzählung. Diese Karte könnte gespielt werden. Belagerungsbreche ist ein zweimal. Das, 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 das. Tut mir leid, das kriege ich einfach nicht hin. Bei einem ganzen Display. Bei einzelnen Boostern mache ich das mal ganz gerne. Goldschwanz, Lehrmeister. Aber halt bei, bei einem gesamten, äh, Display mache ich das einfach nicht. An Ebene. Es, dass das Ende ankündigt. Die wird zum Beispiel in Legacy gespielt, als Summoner 2, 2er, die plus 1 für farblose Kreaturen gibt. Sehr cool. Titania, Titanias Priesterin. Ich wusste nicht und dachte, hätte ich nie gedacht, dass sie diese Karte mal in, in Modern printen. Könnte Elfen tatsächlich was bringen. Ein Krieg. Der war zwischendurch mal richtig teuer. Ist jetzt nicht mehr so teuer. Wurde jetzt auch tausendmal reprintet. Und, äh, ist jetzt Modern legal. Letzter Akt, uh, Act of Finale. Tatsächlich, äh, sehr gut. Ähm, Far Away ist die weiße Version davon, die einen sehr ähnlichen Effekt hat. Ähm, und Hidi tatsächlich auch, ach, sehr gut. Sehr, sehr gut. Die wird auch viel gespielt werden, denke ich. Dann haben wir die, äh, Spoiler. Ich will schon mal gucken. Oh, 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 die ist cool. Ähm, äh, äh, ich kann das nicht aussprechen. Arna Kennerud, Geschwadenführerin. Tatsächlich sehr cool mit fliegenden Lifelink und modifierte Kreataturen. Ähm, sehr, sehr lustige Karte. Dann haben wir einen Eisenfresser mit Affinität zu Artefakten, einen Dämon, der sehr, sehr stark ist. Und die Leute spielen ihn noch nicht, ich weiß noch nicht warum. Und ein Oryms Gesänge in einem wunderschönen Artwork. Und das Foiling ist so schön. Es kommt nicht meine Kamera nicht ganz durch. Ich bin immer noch dabei, mein Setup zu verbessern. Es tut mir leid, hier dürfte es alles noch ein bisschen gräulich sein. Ich hoffe, beim nächsten Mal ist das Ganze besser. Und, ähm, ja. Oryms Gesänge, eine sehr gute Karte. Habe ich auch schon öfter mal gespielt. Ähm, dementsprechend. Ist nice. Ist nice, würde ich sagen. So, dann. Ja, nächstes. Booster öffnen. Und in den Mülleimer unter mir werfen. Das ist so großartig. Dann haben wir Schlamm, Schmelze, Kommando. Die sind gar nicht so curly, wie ich gedacht habe, tatsächlich. Eindeutigerweise. Garbansch Entladung. Aufflackernde Bosheit. Oh, das ist die Flair. Das ist die Flair, die Schwarze. Auch die ist sehr, sehr cool. Ähm, auch wenn sie gerade noch günstig ist. Aber es ist sehr, sehr cool. Die Mechanistin. Oh, Gebärritual. Auch eine sehr starke Karte. Ähm, tatsächlich. Toxische Sintflut. Auch jetzt im Modern Legal. Auch eine sehr gute Commander Karte. Und in Modern Karte. Und Legacy Karte. Und Gebärritual. Das ist einfach ein Schweed, Schweed, Schweed. Schweed Karte. Und eine störende Flöte. Naja. Sie wird zumindest gespielt in komischen Eldrasi und Trondex und irgendwelchen komischen anderen Sachen. Aber da können so viel coolere Sachen drin sein. So. Schnappender Fallkriecher. Fallkriecher, Entschuldigung. So viele Eldrasis. Ursashöhle. Eine gute Karte. Ähm, Verbreiterdrohne. Das Gebirge hier mit dem kleinen Dude. Anmut. Gemeindennützige Abgabe der Sorin. Oh mein Gott. Sehr cool. Als Planeswalker nochmal. Der hier hinten drauf ein anderer Planeswalker wird. Der vorne auch kein Planeswalker ist. Dann haben wir Landduplikat. Wo man Land mit kopieren kann. Der Fanatiker. Den ich persönlich sehr cool finde. Eine Menge Dressdowns in dem Ding. Und. Uuuuh. Oh je. Ach du Schande. Was ist denn hier passiert? Seht ihr das? Warte. Ich versuche es mal gerade hier so drauf zu hängen. Seht ihr das? Dieses Weiße hier. Das ist schlecht gecuttet. Oh mein Gott. Es fühlt sich richtig rauer. Und man sieht richtig, dass das Messer nicht mehr scharf war. Das tut mir leid. Also. Ich kann hier ja nichts für. Aber das tut mir leid. Das ist. Ein Solitude. Ein Old Border Foil. Und dann halt oben her so diesen Mistcut. Es ist eine geile Karte. Kann man immer noch spielen. Das macht sie nicht unplayable. Aber zum Verkaufen ein bisschen schwieriger. So. Äh. Die erste Karte nicht vergessen. Wo ich die jetzt hier unten in den Müll werfe. Dann haben wir einen Laura. Die ist auch gut. Die ist auch gut. 4-10-2-1. Auf die derzeit verhackt. Fliegend. Und wenn sie ins Spiel kommen. Muss jeder Gegner. Äh. Eine Karte abwerfen. Wenn er nicht kann. Ziehen wir eine Karte. Das ist so stark. Es ist so stark. Auch diese Karte. Welt in der Schöpfung wird oft gespielt. Aktuell. Wird zumindest getestet. Uh. Die Bogart Fischerin. Auch hier. Mit diesem wunderschönen. Ähm. Doppel-sided. Und tut Dinge. Sehr gute Karte. Tatsächlich. Der Strudel. Schleudermasterleutnant. Aus MH2. Uh. Launischer Sturmkeader. Das war meine Reserved List. Tatsächlich. Zwillinge der Zwietracht. Was bist du denn? Sieben Mana 8,6. Immer wenn du angreist. Stimme gerade oder ungerade. Äh. Können nicht blocken. Jede andere Kreatur. Die du konzentriert. Ui. 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 Nice. Dann haben wir einen Saphir-Millionen. Die sind so schön. Und so lichtswert. Kosilek. Nice. Neun Mana. Neun neuen Wendian. Spielwerk. Manifestieren wir zwei Karten. Und äh. Andere farblosen Kreaturen. Plus 3 bis 2. Sehr cool. In einem sehr coolen Artwork. Und nochmal ein Flooded Strand. Auch hier ein Old Border. Auch hier oben her sieht man, dass das Messer stumpf war. Es tut mir sehr leid. Aber die Old Border Vollkarten hier sind leider durch einen sehr schlechten Cutting-Prozess gelaufen. Das ist sad. Das ist wirklich sad. Aber es sind gute Karten. Immerhin sind es gute Karten. So. Dann haben wir hier bei Kamsen an Kamsen nichts Relevantes. Nö. Gebirge. Dann haben wir ein Dahinschmelzen. Sehr gute Karte. Früher sehr teuer. Mittlerweile ein paar Cent wert. Verfluchter Spiegel ist jetzt modernlegal. Wurde aber auch schon tausendmal reprintet. Wodurch ja auch nichts mehr wert ist. Wunderweise die Necroblüte. Ein sehr cooles Artwork hier mit dem Typen da unten drin, den man ganz oft übersieht. Eladamri. Tatsächlich ein sehr starker auch Commander. Und auch tatsächlich sehr cool in Modern. Und. Was bist du denn? Insektmönch. 2-1-1-1-Göttergabe. Plus 1-1-1. Landung. Wenn du ein Land zum Spiel kommst, kannst du 2 bezahlen. Und denen eine Kreatur angelegt ist. Falls du dir das zögern. Eine Kopie dieser Kreatur. Die sind dann aber nur 1-1. Aber ist nice. Ist nice. Ist eine gute Karte. Kann man nicht sagen. Weiß ich jetzt nicht, ob die was wert ist. Ich hab sie nicht am Schirm. Dementsprechend würde ich mal raten. Nein. So. Weiter geht's mit dem Öffnen. So. Ätherwallung. Schlachtenklaue. Uh. Verschneite Ödnis. Auch das erste Mal, dass ich hier sehe. Sehr nice. Insel. Dann haben wir einen unermüdlichen Versorgerin. MH2 Reprint. Oder noch MH2. Der Evangelist. Und Psychofrosch. Karte, die gerade sehr viel in Legacy gespielt wird. Und in Modern. dementsprechend sehr cool. Uh. Verlockung des Chaos. Eine sehr coole Karte mit verlockendes Angebot. Solltet ihr auf jeden Fall im Commander immer mal dabei haben. Irgendwer ist dumm genug, in eure Verlockung reinzufallen. Amphibischer Regengroß. Aufblitz. Sturm. Okay. Eben ist Stormkarte. Oh mein Gott. Bist du hübsch? Ah. Auch das ist eine Reservedes Karte eigentlich. Das ist Aluren. Oh mein Gott. Ist die hübsch? Und ein... Oh. Ein Flay. Steidendes Feuerzorn. 3-6-6. Wenn er ins Spielfeld kommt. Und nicht escaped wurde. Also befreit wurde. Dann wird er geopfert. Und ansonsten fügt er drei Schaden zu. Und kriegt drei Leben. Also kriegen wir generell. Wenn er ins Spiel kommt. Oder angreift. Und ja. Sehr cool. Edged Foiling. Wieder on top für mich. Ich liebe Edged Foiling. So dieses dezente. Hey übrigens. Ich bin eine Vollkarte. aber ich glitzer dir nicht ins Gesicht ist schon ganz cool, tatsächlich gefällt mir sehr gut so, weiter geht's mit dem Maradeur auch diese Karte wird sehr oft gekauft wahrscheinlich für Pauper, ich bin mir gerade nicht sicher weil sie lässt halt jeden Spieler eine Kreatur opfern wenn sie ins Spiel kommt dann haben wir nochmal Gebirge dann haben wir Entladung Blutgründe Fetschland, nächstes Fetschland dann haben wir einen Riesenfrosch der ist cool, der gibt plus 10 plus 10 für jeden Spieler, der die Partie verloren hat mit einem sehr coolen Artwork Rubin-Medaillon, ich glaube es sind mittlerweile alle Medaillons in diesem Set gewesen, herzlichen Glückwunsch aber es sind leider nichts wert Sublety, sehr nice auch das eine Incarnation die gespielt wird und Vater des Hungers in Foil in diesem Ding, man sieht das fast gar nicht lustigerweise sieht es hier mal ausnahmsweise mal an Kamera, sieht man das besser dass die Karte Foil ist, wie auf dem was ich hier vor mir habe das sieht man ja gar nicht das ist ein sehr cooler Blut-Token-Commander just saying wenn ihr ein Fan von Blut-Tokens seid dann ist das euer Commander so, jetzt haben wir es offen nein, haben wir nicht nein so, jetzt aber jetzt ist es offen irgendwie ist es offen diese, diese, diese Openings von diesen Karten ist echt ein bisschen schwierig teilweise den finde ich auch tatsächlich ganz cool der ist eigentlich gar nicht so schlecht ähm, warum ich mir das in Friedhof wiederholen kann auch wieder sehr cool uh, dann unheilige Hitze aus MH2 j Animations schockierendes Abwachen Rubin-Metaillon Meer-Metaillons braucht dieser Mann Aurora Wandler kriegt man Energie Ich hatte mal Informatik. Ungeladene Wüterin. Die ist nicht schlecht tatsächlich mit einberufen. Und der Sturmskeader in Feul. In einem sick schönen Artwork. Krass. Und das letzte. Das letzte Booster. So. Und dann gucken wir mal. Jetzt nochmal ein Banger. Es gibt ja auch Nummerierte Karten. Wie gesagt, Nummerierte Karten wären jetzt so der letzte Hit. Uh. Udi ist hübsch. Udi ist hübsch. Unheilige Hitze. Der Eisenfresser. Eine gute Dingkarte. Uh. Das ist der Commander. Wirklich gute Commander. Das ist eine Karte, die ich sehr, sehr feiere. Und auch für sehr, sehr potent halte. Nochmal ein Fettschland. Das ist schon mal gut. Dann haben wir noch Arena des Ruhms. Auch nicht schlecht. Wird aktuell auch mal mehr gespielt. Und. Oh. Schön mit einem Banger beendet. Turm von Phyrexia. In Full Art. Voll. Oh mein Gott. Ist der hübsch. Nice. Nice. Auch das ein mega cooles Collector Display. Vielen Dank an meinen Patreon, dass ich euch das zeigen konnte. Dass ich es öffnen konnte. Das Ding macht sich jetzt auf den Weg wieder zurück zu dir. Und ja. Vielen Dank an dich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Daumen nach oben drücken. Könnt das Video liken. Das irgendwelchen Leuten zeigen. Und vergesst nicht, am Samstag könnt ihr abstimmen, wenn ihr dieses Display, das coolste der drei Displays aus dieser Woche findet. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns. Bis dahin. Euer Blexit. Ciao, ciao.